Hi Leute, grüßt euch! Mit diesem Video möchte ich eine neue Richtung auf diesem Kanal einsteuern und euch die Möglichkeit geben, ein wenig an dem Content, welches hier läuft, mitzuwirken. Somit starte ich hiermit das erste Community Vote Video, in dem ich euch ein paar Spiele zur Auswahl gebe. Das Spiel mit den meisten Stimmen wird dann nächsten Monat auf diesem Kanal von mir Let's Played werden. Um die Auswahl zu öffnen und eure Stimme abzugeben, klickt hier oben rechts in der Ecke einfach auf das kleine i und ihr erhaltet die Liste aller aktuellen Spiele, die für den nächsten Monat vorgesehen sind. Sollte dir keins der Spiele zusagen, dann schreib doch einfach deinen Wunsch hier unter diesem Video in die Kommentare, um die Auswahl für nächsten Monat zu erweitern. Nun folgen Ausschnitte zu den Spielen für den kommenden Monat. Viel Spaß beim Voten! Nach jedem Wunsch hier, gibt es ein ganzes Wunsch, und jeder Leben hat ein einfaches Ziel. Die Welt ist ein Don't shoot my face! You lost the money in the neighborhood of Bat Planet Nutjobs. Once we found it, we can talk about who gets what and how much. We're not vault hunters. Really? Did you think you could follow my footsteps? Let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 You cover your face, but I know who you are, Emily Caldwell. You cover your face, but I know who you are, Emily Caldwell.